Das ist jetzt 3 Uhr Nacht und ich wollte ganz, ganz, ganz wichtige Infos loswerden und ihr müsst bitte alle, alle lesen oder zuhören einfach, was ich sage und vielleicht schreiben, hä, hab ich gelesen, hä, hab ich gehört, ja, hab ich, alles klar. Ja, Problem 1, Binary Domain, ich hab jetzt den Part 22, konnte ich nicht hochladen, weil der weltweit gesperrt wurde, jetzt hab ich Part 23 hochgeladen, wollte heute Part 24 hochladen, ist auch weltweit gesperrt. So, jetzt wollte ich euch fragen, ist das in Ordnung, wenn ich Binary Domain abbreche, also Schluss mache damit, da kommen dann keine Parts mehr, ich muss mal gucken, ob ich die nochmal behalte und vielleicht später nochmal versuche hochzuladen, vielleicht ändert sich das ja. Ja, und, äh, wegen Diablo 3, ich hab jetzt schon 11 Stunden aufgenommen, für das Let's Play eigentlich, das Co-Up Let's Play mit meinem Kollegen und schon über 1,3 Terabyte, aber ich wollte euch erstmal fragen, wollt ihr das überhaupt sehen? Also, es müssen mindestens 20 Leute unter dieses Video schreiben, ja, will ich sehen, weil wenn das nicht der Fall ist, dann mach ich das nicht weiter und spiel das lieber so mit den Kollegen, weil das ist schon ziemlich viel Arbeit. Und wenn ihr das nicht guckt und man hat darauf keine, ihr wisst ja, keine Klicks und dann ist es auch ein bisschen blöd, wisst ihr, weil ich mach mir die Arbeit und das passt dann halt alles nicht so ganz. Deswegen, sagt mal Bescheid, ob ihr da, ob ihr das Diablo überhaupt sehen möchtet, weil wenn nicht, dann lasse ich das lieber, dann nehme ich das nicht auf, löscht die restlichen beiden Parts. Und, wegen Binary Domain warte ich dann halt nochmal ab, also ihr kriegt auf jeden Fall, hier seht ihr ja, Walking Death kommt morgen wieder oder nachher, jetzt ist ja 3 Uhr am 23. kommt ja wieder was und dann, äh, das Portal kommt auch. Diablo müsst ihr halt mal gucken, ob ihr das überhaupt sehen wollt, weil das sind 5 Aufrufe, das ist nichts. Also, da müsst ihr dann schon mal schreiben, hier einfach in das Video, ob ihr da was sehen möchtet oder nicht. Wenn nicht, dann lasse ich das nämlich. Danke fürs Zuschauen, YouTube und Tschüss.